Sehr geehrte Damen, Herren und vor allem liebe Sebastians der Republik, es ist mir eine außerordentliche Ehre, Sie zur feierlichen Verleihung des goldenen Sebastian begrüßen zu dürfen. Der goldenen Sebastian hier zu sehen in seiner vollen Pracht ist der Unehrenpreis für besondere Verfehlungen um die Republik, verliehen von mir, Ihrem beutigen Bundespräsidenten und natürlich durch das demokratische Mittel der Abstimmung, das aber wie in Österreich üblich bei Bedarf ignoriert wird. Die bisherigen Preisträger sind Martin Rutter, Hobbyzoologin Sabine Beinschab und auch ihre kongenale Partnerin Sophie, mach keinen Sinn, kammer Sinn. Die haben zwar nicht diese tolle Bühne hier bekommen, ist aber wahrscheinlich auch besser so. Die heutigen Nominierten haben sich durch ihr Handeln ausgezeichnet und einer von ihnen wird nun ausgezeichnet in der Hoffnung, er oder sie kann sich dann weitere dubiose Aktionen aufzeichnen. Beginnen wir mit Katharina Nehammer. Wer jetzt denkt, es handelt sich lediglich um die Ehegattin unseres Bundeskanzlers Karl Nehammer, dem sei an dieser Stelle zu gratulieren. Im Jahr 2022 noch an die Unschuld und vielleicht sogar das Gute zu glauben, das ist wirklich bewundernswert. Die Kathi, wie ich sie gerne unliebevoll nenne, und das möchte ich wirklich von Beginn an klarstellen, arbeitet nicht bei der Hygiene Austria, okay? Definitiv nicht. Das hat ihr nämlich auch ein Gericht bestätigt, mit dem sie gegen einen Facebook-User vorgegangen ist, der in einem Posting ganz drast unterstellt hat, Geld zu scheffeln bei der Firma, die zu Beginn der Pandemie chinesische Masken einkauft, umetikettiert und als Made in Austria weiterverkauft hat. Das wird auch nicht wirklich zum Dunstkreis der Volkspartei passen. Also sie arbeitet nicht bei der Hygiene Austria, nur bei der PR-Agentur, die für die Hygiene Austria arbeitet, die wiederum geführt wird von dem ehemaligen Pressesprecher der früheren ÖVP-Innenministerin Maria Fekter. Also ich kann den armen Mann, der jetzt wegen der üblen Nachrede zu 3500 Euro Straf- und Gerichtskosten verurteilt wurde, ja schon verstehe, weil er hat vermutlich einfach verwechselt, ob jemand auf der Gehaltsliste steht oder wirklich wo angestellt ist. Aber damit ist er nicht allein. Das Posting wurde mehr als 1000 Mal geteilt und das gefreut dann auch die Katharina. Sie hat noch rund 350 Leute wegen genau diesem Posting-Deuern gelockt. Die meisten Verfahren sind noch offen. Das Geld, das sie aber zusammenklagt, will sie dann eh spenden. Wahrscheinlich an die Kobra als Dank für ihre guten Bodendienste. Nominierte Nummer 2 hört auf den klingenden Namen Karin Kneißl. KK, wie ich sie auch gerne abkürze, hat schon sehr früh begonnen, sich für den goldenen Sebastian in Stellung zu bringen. Eine ehemals ÖVP-nahe Politikerin, die von der FPÖ als Außenministerin nominiert wird, die dann nach der Ibiza-Affäre galant als parteilose Außenministerin weiter im Amt bleibt. Wer könnte da vermuten, dass eine gewisse Machtgeilheit und, nennen wir es einmal, moralische Flexibilität vorhanden ist. Eben, da muss als Beweis schon was anderes her. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Putin? Der könnte doch zur privaten Hochzeitsfeier der Frau Kneißl erscheinen. Sie wagt ein Tänzchen mit ihm, geht dann vor ihm in die Knie und er schenkt dir ein Ohrring im Wert von 50.000 Euro und lässt dich dann wieder heimführen. Ja okay, das war wirklich sehr absurd, das würde ja keiner glauben, wenn es 2018 nicht genauso passiert wäre. 222.000 Euro, klingt auch nach einer ausgedachten Summe, aber genau das wird als Summe der Kosten angeben, die dieser Pseudo-Staatsbesuch die österreichischen Steuerzahler kostet. Ganz schön viel Geld für ein gut getarntes Bewerbungsgespräch beim russischen Präsidenten. Aber immerhin hat es geklappt. Nicht mit dem Bund fürs Leben, der wurde 2020 wieder aufgelöst. Was mich aber in Anbetracht dieser Tanzkünste auch nicht stark verwundert. Aber zumindest geklappt hat es mit dem Band nach Russland. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Außenministeriumsamt ging es nämlich straight zum Fernsehsender Russia Today. Wem der nichts sagt, sollte einmal die Suchmaschinen bedienen, die keiner Zensur unterliegen. Danach wurde sie 2021 zufällig vermutlich wegen ihrer außerordentlich guten Arbeit in den Aufsichtsrat eines Ölkonzerns bestellt. Dass das auf Empfüllung der russischen Regierung passiert ist, versteht sich wohl von selbst. Moment, Russland. Ah, Russland, da war doch was. Ja, genau. Dieser vollkommen sinnbefreite Angriffskrieg gegen die Ukraine, der bis dato zahlreiche Menschen ihr Leben gekostet und hunderttausende Millionen zur Flucht gezwungen hat. Und die gute Frau Kneissl aus dem neutralen Österreich hat nichts Besseres zu tun, als sich pietätvoll, wie sie ist, als politischen Flüchtling zu bezeichnen. Und denkt nicht im Entferntesten daran, ihren Posten im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns aufzugeben. Ein richtiges Herzerl, wie man bei uns so schön sagt. Das einzige, aber wirklich das einzige, das bei dieser Sache nicht stinkt wie das Hinterzimmer in einem Zimmerlinger Beißl am Sonne der Frühe, ist die Tatsache, dass das edle Geschmeide, die 50.000 Euro Hochzeitsgeschenk Ohrringerl vom Wladimir, trotz starker Gegenwert der Frau Kneissl, im Besitz der österreichischen Republik verblieben ist. Wie wäre es, wenn wir die Spendenidee von der lieben Frau Nehammer aufgreifen und mit dem Wert dieses Geschmeides zum Beispiel Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen, das würde auch der Putin sicher gut finden. Nominierte Nummer 3. Elisabeth Elli Köstinger. Wobei ich sagen muss, Sissi wäre wohl der passendere Spitzname. Immerhin ist sie von ihrer Partei, auch mit Eftraten welche das ist, als Rohstoffkaiserin bestellt worden. Wobei sie jetzt rein auf die Rohstoffe zu reduzieren, das würde ihren nicht gerecht werden. Im Laufe ihrer Amtszeit hat sie nämlich einige schöne Titel bekommen. Bergbauministerin, Energieministerin, Telekommunikationsministerin, Ehrenamtsministerin und sogar Zivildienstministerin. Wohlgemerkt für ein und dieselbe Amtszeit, nämlich als offizielle Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Das klingt ja wirklich schon fast nach Arbeit. Aber keine Sorge, die Sissi, wie auch immer, die fährt auch gern mal in ferne Länder. In die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel. Oder nach Katar. Ein kleiner Parlamentsausflug, wenn man so will, mit ihren Freunden, dem Kali und der Leonore. Hat sie keine Kosten und Mühen gescheut, sprich sie sind mit dem Privatjet angereist, wie sich das für eine echte Kaiserin gehört, um die zukünftige Gasversorgung von Österreich zu sichern. Fragt man sie, wie es nun jetzt mit dem Gas ausschaut, weil Russland im Krieg und eigentlich nicht mehr so ein toller Geschäftspartner, verweist sie auf die Kollegin und Umweltministerin Gemessler. Stimmt, wenn es um die Förderung von Gas und noch mehr Ausbeuten vom Planeten geht, bitte einmal zur Kollegin, die dann auf einmal die Energieministerin ist. Also schiebt die Rohstoffministerin auf die Energieministerin. Das kannst du alles nicht auch finden. Außer ihre Jobdescriptions. Die schon. Ja, jetzt haben wir drei heiße Anwärterinnen hier auf den bildenden Sebastian. Und eine kleine Zusammenfassung kommt jetzt von unserer lieben Anna. Nun, lieber Sebastian, zu wem willst du nach Hause? Zu Kandidatin 1, der Kecken Katharina, die gerne Kleinbürger klagt und mit der Kobra kokettiert? Oder lieber Kandidatin 2, Blitzkneißlerin Karin, die, die den Granaten-Vladi in Gammlitz umgarnte und lieber residiert, wo der Rubel rollt? Oder zu Kandidatin 3, Sissi Köstinger, die lieber die Telekom mit Milliarden verköstigt, als die Gasthermen mit Gas. Ein sogenannter Schaas. Was die drei verbindet, außer eine Partei, ein oder mehrere K im Namen. Kann das ein versteckter Code der Illuminaten sein? Na, wurscht. Bastl, jetzt musste ich halt entscheiden. Der goldene Sebastian für besondere Verfehlungen an der Republik geht dieses Mal an Katharina Nehammer. Kathi, du bist nicht nur der Hammer, sondern hast da gleich den ganzen Korruptionswerkzeugkasten drauf. Wir ungratulieren herzlich und bedauern nicht, dass die Preisträgerin heute nicht hier sein kann. Sie hatte leider wichtigere Termine, irgendwas mit Schlangen und Saufen. Wir haben nicht genau zugehört. Wenn auch Sie einen Kandidaten oder eine Kandidatin für den goldenen Sebastian kennen, dann kommentieren Sie am besten hier oder Sie schicken ein Fax an den ORF. Ich glaube, dort schütze ich ja noch so ein Kastl. Wir sehen uns zur nächsten Verleihung in zwei Wochen. Bis dahin, gesund bleiben!